Z.B. hier, es gibt die Saxophane. Ich kann spielen und es kommt hier. Es klingt wie ein Saxophane, aber es ist nicht so gut. Ich bin Thierry Epine. Ich mache die Musik für Zirkus Monti. Es ist das fünfte Mal, dass ich die Musik für Zirkus Monti mache. Die Inspiration ist mit dem Regisseur. Ich spreche mit dem und auch mit den Artisten. Wir sprechen über die Dramaturgie von jedem Akt. Es ist wie ein Triangle zwischen den Artisten, die Regisseur und ich. Ich mag wirklich ohne Musik zu sprechen, nur mit Adjektiven. Es gibt ein Live-Orchestra mit sechs Musikern. Der Bandleader ist Piotr. Er spielt Saxophane und Klarinette. Es gibt auch eine Posaune. Ich freue mich daran. Ein Steigzeug, ein Bass-Gitar-Player, ein Gitar-Player und auch ein Keyboard-Player. Ich habe die Musik komponiert mit MP3. Die Artisten haben es gehört und jetzt ist die Orchester gekommen und wir haben mit ihnen gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden, weil sie wirklich tolle Musiker sind. Es wechselt so viel, wenn es gespielt und gut gespielt ist, als nur ein MP3 oder so. Ich bin jetzt sehr zufrieden, im Zelt zu sein und ich freue mich wirklich daran.